Hier ist extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Guten Abend, herzlich willkommen zu extra 3. Meine Damen und Herren, es ist vollbracht. Die Wahl ist gelaufen. Ein Erdrutsch, ein Drama, eine Katastrophe. Jetzt zieht diese komische Partei mit einem zweistelligen Ergebnis ins Parlament ein. Aber es hilft nichts, wir müssen wieder mit der FDP leben. Bäm. Mutti bleibt Kanzlerin. Das ist immerhin eine Konstante. Da muss man sich nicht umgewöhnen. Aber die Union hat 9 % verloren und damit einen klaren Regierungsauftrag. Sie bleibt die stärkste Kraft. Aber die Verunsicherung ist spürbar. Hier zum Beispiel am Wahlabend latscht der Maizière direkt der Frau Mioska ins Bild. Hoppala! Nach so einer Wahl ist man etwas neben der Spur. Kann ich verstehen. Die Verluste der Union haben bei Angela Merkel sofort eine Analyse ihres Politikstils ausgelöst. Sie hat mit größter Demut und knallharter Selbstkritik erklärt. Ich kann nicht erkennen, was wir jetzt anders machen müssten. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Zu so einer Selbsteinschätzung ist damals auch der Kapitän der Titanic gekommen. Gut, dann fassen wir es nochmal zusammen. Was hat sich jetzt für uns geändert nach dieser Wahl? Erstens. Wir haben die größte Demokratie aller Zeiten. Knapp 80 Sitze mehr. 709 Nasen sitzen da jetzt im Parlament. Es ist ein richtiger Jobmotor, unsere Demokratie. Kann sich die Industrie mal eine Scheibe von abschneiden? Ab der nächsten Wahl gibt's Stehplätze. Was hat sich noch geändert? Es waren niemals weniger Frauen im Bundestag vertreten als jetzt. Nur 31 Prozent. 23 Prozent Frauen sind es unter den FDP-Abgeordneten. Nur 20 Prozent bei der CDU. Bei der AfD sogar nur 11 Prozent Frauen. Nur 11 Prozent Frauen dürfen mitbestimmen bei der AfD. Die AfD muss keine Islamisierung durch Ausländer fürchten. Zustände wie in Saudi-Arabien schaffen die aus eigener Kraft. Das haben Sie mitbekommen, nun stehen die Zeichen auf Jamaika. Ich freu mich so drauf. Sie werden vier lustige, vier unterhaltsame, vier turbulente Jahre. Es ist natürlich ein Wagnis. Klar, finden die Grünen Gemeinsamkeiten mit der FDP? Können sie überhaupt so viel saufen wie die CSU? Es wird auf jeden Fall spannend. Nun hat die FDP am Wahlabend erst mal noch nicht den Eindruck vermittelt, da hätten sie so richtig Bock aufs Regieren. Aber wir werden sicherlich nicht zulassen, dass die SPD alleine darüber entscheidet, wer jetzt in eine Regierung gezwungen wird oder nicht. Die Regierung gezwungen? Junge Liberale zum Regieren gezwungen? Was ist denn los? Ist das die FDP? Was ist denn eigentlich los? Die FDP, die waren früher so leicht rumzukriegen wie ein besoffener Physikstudent bei einer Asta-Party. Natürlich, eine Koalition mit Merkel kann schwierig sein. Das weiß auch die FDP. Der Thüringer FDP-Chef Thomas Kemmerich hat seine Partei jetzt eindringlich gewarnt. Er hat wörtlich gesagt, wer sich mit dieser Bundeskanzlerin ins Bett legt, kommt darin um. Wir haben lange nichts von Joachim Sauer gehört. Wenn es Ihnen gut geht, melden Sie sich bitte. Melden Sie sich bitte bei uns oder bei Aktenzeichen XY. Jetzt habe ich gehört, Christian Lindner möchte auf keinen Fall ein Ministeramt übernehmen. Auch wenn die FDP in die Regierung geht, kein Ministeramt für Christian. Was soll denn das? Warum ziert er sich so? Der Lindner ist doch jemand, über den Jörg Schönenborn sehr zurecht gesagt hat. Ohne die FDP hätte Christian Lindner keine Chance. Ganz genau. Ja, wo soll der denn hin? Der Partei verdankt er alles. Jetzt kommt mal ein bisschen in die Puschen, Liberale. Wir zählen auf euch, wir von extra 3 ganz besonders. Ihr seid jung, ihr seid fresh, ihr habt euch erneuert. Es ist ja jetzt eine ganz andere FDP als die, die 2013 aus dem Bundestag geflogen ist. Das hat auch Jakob Leube festgestellt. Jakob Leube war am Wahlabend bei den Liberalen und hat mitgefeiert. Hallo, mein Name ist Jakob Leube und ich gehe heute auf die hipste, angesagteste Party in der ganzen Stadt. Zur FDP-Wahlparty. Aber so komme ich hier wohl kaum rein. Moment. So ist besser. Gänsehaut. Gänsehaut. Bring the action. Die Stimmung ist gut, würde ich sagen. Party ist auch gut. Ja, also ist geil. Wir sind aus der Apo wieder zurück im Bundestag. Also was will man mehr? Bier. Gibt's auch? Ja, gibt's auch. Freibier. Von daher läuft alles. Die FDP ist rundum erneuert, ne? Rundum? Oder nicht? Neue Verpackung. Ach so, aber gleicher Inhalt. Wir sind unseren Prinzipien schon treu geblieben. Also ist das immer noch der neoliberale Quatsch oder was? Ich denke, die neue FDP ist eine FDP, eine liberale FDP. Wie ist liberal? Das ist jetzt neu. Früher auch. Es ist ja eher so ein Feeling. Es ist ja nicht der Inhalt, sondern ein Feeling. Jetzt nicht so gemeint. Das ist so. Deswegen bin ja ich auch hier. Ja, started from the bottom, now we're here, würde ich sagen. Started from the bottom, now we're here. Wow. Lauter neue junge Gesichter in der FDP. Also... Die FDP ist jung, erneuert, frisch. Was machen Sie denn hier? Teil dieser FDP. Was ist der Unterschied zur alten FDP, die aus dem Bundestag geflogen ist? Christian Lindner. Ja, dass sie sich grundlegend erneuert hat, neue Leute an der Spitze hat. Christian Lindner, natürlich vorne weg. Kubicki, Hermann Otto Solms. Ganz genau, so ist es. Ist noch schlimmer da, oder nicht? Ja, ist schon länger da. Nicht ganz so neu. Graf von Lambsdorff. Auch schon länger da. Ganz genau. Und Otto Solms? Ja, Otto Solms ist ja auch von der alten Stadt. Ja, 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 ja. Aber der sollte im Bundestag vielleicht eher ein bisschen mehr nach hinten sitzen, oder? Weil die FDP ist ja jetzt neu und jung und sexy. Ja, ja, ist klar. Die SPD hat jetzt irgendwie gesagt, sie macht Opposition, will gar keine Verantwortung übernehmen. Müssen Sie ja Jamaika machen, oder? Die SPD kann nur nicht den Scherbenhaufen anrichten und dann sagen, es sollen andere die Verantwortung übernehmen. Also das kann ich überhaupt nicht ansehen. Also müssen Sie die Verantwortung übernehmen? Nein, die SPD will uns die Verantwortung zuschieben. Aber das ist auch nicht okay, oder? Nein, das geht natürlich nicht. Und Koalition jetzt? Wie? Mit wem? Merkel, oder was? Ja, hoffen wir mal. Warum nicht? Letztes Mal lebst du richtig Scheiße mit Angela Merkel. Nichts. Es kann ja... Positiv denken. Ja, genau. Hauptsache erstmal an die Macht auch wieder, ne? Ja, klar. Die neue, coole, hippe FDP besteht aus Christian Lindner. Irgendwelchen Leuten von früher. Den Inhalt hab ich noch nie so ganz verstanden. Aber Sie können richtig gut saufen. Ist ne Eigenschaft gesehen, den kommenden Kräger haben wir's brauchen können. Tschüssi. Tschüssi. Ein Film von Tobias Döll. Das brauchen Sie auf jeden Fall. Egal, ob Sie regieren oder nicht regieren. Also, ich denke, Sie werden am Ende regieren. Sie zieren sich noch etwas. Sie haben noch Probleme damit. Die Liberalen leiden offenbar unter einer Eregierungsstörung. So was kommt vor. Aber, liebe Leute, ist doch nicht schlimm. Dagegen kann man was tun. Dafür geht's doch. Jamaika. Fragen Sie ja nach der Apotheke. Es kam jetzt alles sehr überraschend. Ich verstehe das. Die FDPler waren vier Jahre raus, konnten mal vier Jahre lang die Seele baumeln lassen, konnten golfen gehen. Was man macht, so schöne Schwarz-Weiß-Fotos von sich machen lassen. Was man eben so macht, wenn man Zeit hat. Jetzt hocken Sie wieder im Bundestag. Das ist erstmal ein Schock. Da muss man früh aufstehen, sich wieder daran gewöhnen, im Sitzen zu schlafen. Und... Das ist ja alles kompliziert. Welche Stimmkarte war ich jetzt nochmal? Ja, rot oder blau? Wie war das mit dem Abseits? Wie ruf ich den Saaldiener? Was ist das Handzeichen für den Champagner-Kellner? Das ist alles kompliziert. Natürlich hätte sich die FDP den Ärger sparen können, wenn sie erst gar nicht zur Wahl angetreten wäre. Aber hinterher ist man immer schlauer. Es scheint aber generell so ein Trend unserer Zeit zu sein. Man geht lieber in die Opposition. Die SPD ist schon bei dem Gedanken, nicht mehr regieren zu müssen, in kollektive Ekstase verfallen. Ich habe der SPD-Parteiführung deshalb heute Abend empfohlen, dass die SPD in die Opposition geht. Wir waren und sind uns... Ja, Opposition! Yeah! Wir sind weg vom Fenster, ist das geil, Leute! Sie wollen die Opposition. Aber Merkel muss die Sozen natürlich noch so ein bisschen trietzen. Sie hat gesagt, sie will das Gespräch mit Schulz trotzdem suchen. Also wenn die mich anrufen will, soll sie mich anrufen, aber... Ich gehe nicht ran. Der war sowieso am Wahlabend, der war komisch drauf. Der war sehr auf Krawall gebürstet, richtig anti. Ich glaube, dass Frau Merkel einen Wahlkampf geführt hat, der skandalös war. Frau Merkel wird, um das Kanzleramt zu behalten, jede Konzession machen. Irgendjemand hat sie als Ideenstaubsauger bezeichnet. Wer dankbar bin, wenn ich meinen Gedanken zu Ende führen kann. Diese Regierung ist abgewählt. Und Sie sind die stärkste Verliererin in dieser Abwahl. Und das war wirklich der erste Moment, in dem ich dachte, wäre das nicht ein guter Kanzlerkandidat? Er hat sich auch einmal zu sagen geändert. Es war eine urplötzliche Wandlung. Er war plötzlich nicht mehr der nette Herr Schulz. Er war auf einmal böse. Er ist nach vorne gegangen, aggressiv, voller krimineller Energie, wenn man so will. Hätte er doch so mal im Duell geredet. Da hatte ich das Gefühl, es wäre ein Casting für den neuen Glücksbärchi-Film. Aber ich muss auch sagen, dass die SPD jetzt der größte Wahlverlierer wäre, das kann ich so nicht nachvollziehen. Es wollen immer noch wesentlich mehr Menschen, die SPD im Bundestag haben, als die AfD im Bundestag haben, wenn man sich die Zahlen anguckt. Und wenn es um Verluste geht, hat die Union mehr verloren, nämlich 8,6 Prozent, die SPD nur 5,2 Prozent. So gesehen hat die SPD drei Prozent gut gemacht auf die Union. Man muss die Zahlen nur mal richtig lesen können. Das ist wichtig, an einem Wahlabend ist das wichtig. Es ist aber auch wichtig, wenn man zum Beispiel versucht, die Hausnummern im hessischen Idstein zu verstehen. Sie merken schon, es geht Richtung realer Irrsinn. Zum Runterkommen nach so viel Wahlterror. Jetzt mal eine Realsatire von Martina Hauschild. Irmgard Fein wohnt schon sehr lange in Idstein, in ihrem Haus mit der Nummer 1. Sie und ihr Mann hatten als erste in der Straße zur Feldheck gebaut. Über 40 Jahre habe ich die 1 schon. Und auf einmal wurde das geändert in die 2 von der Stadt aus. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Aber die 1 hängt trotzdem immer noch bei Frau Fein am Haus. Und im Telefonbuch steht sie auch mit der 1. Und bei Google Maps ist das Haus auch die 1. Aber die Stadt Idstein schickt ihre Schreiben seit Jahren immer an die Nummer 2, die eigentlich der Nachbar hat. Und deshalb kommt die Post da jetzt ein bisschen durcheinander. Ich weiß, es ist Feldheck 1, dass es die Fein sind. Aber mein Kollege weiß es zum Beispiel nicht. Dadurch, dass es halt hier zur Feldheck 2 steht. Und das ist halt nicht klipp und klar. Nee, ist das nicht. Deshalb geht Frau Fein an ihrem Briefkasten auf Nummer sicher. Mit der Nummer 1 bis 2. Ich glaube aber trotzdem nicht. Die Post. Wir holen jetzt die Post nach nebenan, die für mich bestimmt ist. Oder umgekehrt. Und dann müssen wir uns gegenseitig die ganze Post hin und her tragen. Gut, die Post hin und her tragen macht zum Glück ihr Enkel. Die Stadt sagt zwar, Frau Fein hat die Adresse Feldheck 2, hat aber früher selbst Briefe an die Feins mit Feldheck 1 adressiert. Dazu schreibt die Stadt Itstein, wir gehen davon aus, dass die Adressdaten zur Feldheck 1 von einem Schreiben zum nächsten kopiert wurden und kein amtlicher Adressabgleich vor neuen Schreiben gemacht worden ist. Tja, und nun lauert Frau Fein immer auf den Boden von der Post oder Apotheke, um dann schnell zur Tür zu laufen. Gut, schnell ist in dem Alter natürlich so eine Sache. Und dann ist der Bote wieder weg und Frau Fein muss ihm hinterherlaufen. Und weil das etwas anstrengend ist, würde sie gern auch offiziell die 1 behalten. Es hat doch sonst niemand die 1, denn auf dem Grundstück, das die 1 bekommen würde, steht gar kein Haus. Warum kann man der Oma nicht einfach die 1 lassen? Punkt, solange kein Haus mit der 1 existiert. Nein, das geht natürlich nicht. Denn in Itstein dürfen auf der Straßenseite von Frau Fein nur gerade Zahlen sein. Da muss sie wohl noch viele Boten zurückholen. Wir müssen natürlich nochmal zurückkommen zur Wahl. Und eines muss man auch sagen, bei der Bundestagswahl am stärksten verloren hat die CSU. 10 Prozent, das gilt in Bayern als Staatsstreich, zumindest als Gotteslästerung, oder? Eine CSU, die unter 40 Prozent ist, ist fast unvorstellbar für jeden, der in der Partei denkt. Gut, das sind nun auch wieder nicht so viele. Also dann, danke ich ja. Im Ernst, Seehofer ist natürlich unter Druck. Seehofer wird gerade so ein bisschen zum Problembären, der Horst Seehofer in einigen CSU-Ortsverbänden rumort ist. Da gibt es Gespräche wie, 2018 ist die depperte Landtagswahl. Ja, kutzt die Türken mit Seehofer, kriegen wir da nix geschissen. Der muss zurücktreten. Ja, aber lass es wie ein Unfall ausschauen. Dabei ist Seehofer ja die ganze Zeit auf AfD-Linie gewesen. Er wollte die Obergrenze, er hat Orban getroffen, er hat Merkel-Rechtsbruch vorgeworfen, alles AfD-Positionen. Und jetzt hat er angekündigt, dass die CSU noch mehr nach rechts rücken will. Er war doch schon die AfD-Kopie. Was will er denn noch machen? Fackelzüge vor der Feldherrenhalle in München? Oder was? Wahrscheinlich. Mehr Zahlen und Fakten zur Bundestagswahl, meine Damen und Herren. Jetzt von unserem extra 3-Zahlen-und-Fakten-Onkel Klaas Butenschön. Danke. Danke, Christian. Ja, wir haben uns zunächst einmal mit der CSU und den anstehenden Koalitionsgesprächen beschäftigt. Wir wollten von den CSU-Politikern wissen, welche Kompromisse sie für eine Jamaika-Koalition eingehen würden. Und hier sind die Antworten. 26 Prozent sagten, wir sind bereit, einen Schritt auf die CDU zuzugehen. Wir erwarten allerdings, dass die CDU die restlichen 99 auf uns zugeht. 31 Prozent meinten, wir kommen auch gern den Grünen entgegen. Wie wäre es zum Beispiel, wenn wir Flüchtlinge nur noch mit Solarflugzeugen abschieben. Und 43 Prozent sagten, wir würden den Grünen zuliebe sogar einen Veggie-Day machen, dann essen wir halt Fleischpflanzer. Ja, das ist nicht so, das muss ich so machen. Danach haben wir uns mit dem Erfolg der AfD beschäftigt. Wir haben die AfD-Wähler gefragt, warum haben sie die AfD gewählt? Darauf sagten 33 Prozent, ganz einfach, mir geht es schlecht. Und weil da keiner was dran ändert, soll es jetzt wenigstens allen schlecht gehen. Weitere 33 Prozent meinten, ich will einfach wieder sagen können, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Und später dann, ich habe von nichts gewusst. Und noch einmal 33 Prozent sagten, weil die AfD uns unser Land zurückgeben will. Und zwar inklusive Österreich, Elsass, Lothring und Polen. Zum Abschluss geht es um die SPD. Wir wollten von 100 SPD-Anhängern wissen, wie soll es denn nun weitergehen mit den Sozis? Aber leider können wir Ihnen zu dieser Frage keine Antworten präsentieren. Wir haben einfach keine 100 SPD-Anhänger gefunden. Das ist schade und damit zurück zu dir, Christian. Vielen Dank, Klaas Boutenschön. Die AfD ist mit 13 Prozent und einer sehr großen Klappe in den Bundestag eingezogen. Ich hätte ja gedacht, es zerlegt die Partei in der ersten scharfen Kurve. Ich habe falsch gelegen. Sie sind von vor dem Start auseinandergefallen. Frauke Petry tritt aus der AfD aus und gründet vermutlich mit ihrem Mann eine eigene Partei. So wird zumindest gemunkelt. Die AfD ist ihr wohl zu rechts geworden. Sie ist ja selber auch rechts, aber mehr auf so eine nette Art. Die anderen eben nicht. Das ist ihr genau einen Tag nach der Wahl aufgefallen. Ihre neue Partei soll angeblich die Blauen heißen. Auch das wird gemunkelt. Jedenfalls hat sie sich diesen Namen schon mal sichern lassen. Und zwar am 3. Juli. So viel zum Thema Transparenz und Ehrlichkeit. Dem Wähler gegenüber. Die Blauen. Ja, kann man machen. Die Blauen im Bundestag. Ich finde, Petri und Pretzel hätte als Parteiname auch funktioniert. Petri und Pretzel, abgekürzt. Pup. Ich glaube schon. Für frischen Wind am rechten Rand. Nur ein Vorschlag. Am Montag war die Stimmung dann logischerweise schon nicht mehr ganz so ausgelassen wie am Sonntag. Am Sonntag hatte ich das Gefühl, die Machtergreifung steht unmittelbar bevor. Wir werden Sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Jagen. Gauland will jagen. Okay. In meiner Vorstellung ist Gauland die Art Jäger, die morgens völlig besoffen auf dem Hochsitz rumtorkelt und sich dann aus Versehen selbst ins Knie schießt. Aber warten wir doch einfach mal ab. Ich finde es jedenfalls super. Ich finde es wirklich gut, dass die AfD im Bundestag ist und sich jetzt endlich mal stellen muss. Bislang mussten sie einen doofen Spruch pro Woche raushauen. Das hat gereicht. Jetzt kommen Themen dran. Also richtige Themen. Wie zum Beispiel Rente. Was ist da nochmal das Rentenkonzept der AfD? Wie sieht das aus? Wir sind eine sehr junge Partei und ich gebe völlig zu, dass wir kein ausgearbeitetes Rentenkonzept haben. Aber dann will sie sich ja ein paar konstruktive Ideen entwickeln, oder? Was Sie nie sagen, ist, ob Sie irgendeine konstruktive Idee für Deutschland hätten. Sagen Sie das doch mal. Liebe Frau Will, das ist im Moment nicht unsere Aufgabe. Und das ist auch nicht Ihre Kernkompetenz. Und wie fühlt sich das an, wenn man solche Pfeifen gewählt hat? Es wird ja viel darüber diskutiert, wer verantwortlich ist für das Wahlergebnis der AfD. Waren es die Medien, waren es die Talkshows? War es das Internet, war es Angela Merkel, waren es die Chemtrails? Wie wäre es mit folgender Erklärung? Es waren die Wähler. Ich weiß, viele der AfD-Wähler sind gar keine überzeugten AfD-Wähler. Die sind einfach nur von den anderen Parteien enttäuscht. Kann ich verstehen. Wenn man sehr enttäuscht ist, macht man so was. Und wenn man sagt, ich habe keine Lust mehr auf Urlaub in Schwarzwald, sagt man natürlich, dann mache ich jetzt mal Urlaub in Fukushima. Ich kann das verstehen. Wir von extra 3 sagen jedenfalls willkommen im Bundestag, AfD. Wir haben den braunen Schlümpfen von unserer neuen Spaßpartei auch direkt ein Lied zur Begrüßung geschrieben. Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Von rechts außen, bitte sehr. Ihr schürt Angst mit Flüchtlingszahlen. Fuck you, so gewinnt man Wahlen. Habt ihr an Fakten kein Interesse? Halt die Fresse, Lügenpresse. Warum seid ihr so gut drauf? Wir haben den Joker eingefauft. Habt ihr sonst noch geile Böcke? Hicke, 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 Hicke. Wir müssen unsere Männlichkeit wieder entdecken. Und fühlt ihr euch selbst mal kritisiert? Wird aus dem Studio rausmarschiert. Okay, der Opferrollenschlumpf fängt an. Gun 1000 Wie hält man den Klimawandel auf? Dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass ihr nicht so viel scheinen soll, Da wird die Sonne ja den Einfluss auf die Ozeane. Sondern die Sonne. Ihr seid wirklich hohle Pfosten. Das wird uns niemals Wähme kosten! Habt ihr außer Flüchtlingshetze irgendwas drauf? Meuten? Äh, los, schnell singen! La 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 la! Vielen Dank, Dennis Kaupp und Jesko Friedl. Wir haben aus der AfD-Fraktion im Bundestag eine Abgeordnete bei uns. Herzlich willkommen, Frau Marlies Heidel. Marlies Heidel von der AfD, es geht ja gut los mit Ihnen. Frauke Petry hat ihren Austritt aus Fraktion und Partei verkündet. Was sagen Sie dazu? Schlampe. Haben Sie gerade Schlampe gesagt? Sie sagen nicht Schlampe zu mir. Ich habe keinen Bock, gleich wieder in die rechte Ecke gedrängt zu werden. Ich will da sitzen. Ach so, wir können gerne Plätze tauschen. Ein Müllhaufen ist das hier, es wird Zeit, dass endlich aufgeräumt wird. Gut, wenn es so besser ist, dann ... Bin ich überhaupt richtig ausgeleuchtet? Okay, die Geste könnte etwas ... Das könnte etwas missverstanden werden, Frau Heidel. Können wir endlich mal anfangen, Herr Ehring? Wir können jederzeit anfangen. Frau Heidel, welchen Wählerauftrag nehmen Sie denn mit ins Parlament? Ja. Wie schrieb schon Göring Goethe, nachdem der Edelmann die Hure bestieg? Hauptsache wir sind drin. Das ist auf keinen Fall von Goethe. Das ist überhaupt nicht bewiesen. Ja, aber wenn Sie hier ständig irgendwas behaupten, wie sollen wir denn da weiterkommen? Jetzt hören Sie endlich auf, mir andauernd ins Wort zu fallen, Herr Ehring. Sonst kann ich mir das Ganze hier auch sparen. Was zählt ist, wir sind gewählt worden, wir sind jetzt in der Regierung. Sie sind nicht in der Regierung, Sie sind im Bundestag. Im Reichstag, Herr Ehring. Im Reichstag. Wissen Sie denn, was der Unterschied ist? Wissen Sie denn, was der Unterschied zwischen einer Orange und einer Apfelsine ist? Das ist doch wieder typisch AfD, sich jeder Frage zu entziehen. Ich sehe da wirklich düstere Zeiten anbrechen für unsere Demokratie. Herr Ehring, wir von der AfD befinden uns voll und ganz auf dem Boden des Grundgesetzes. Wir akzeptieren zum Beispiel die Gewaltenteilung. Also Legislative, Exekutive und Judikative. Werfen Sie jetzt ruhig mit Fremdworten um sich, Herr Ehring. Unsere Basis weiß sehr genau, was Gewaltenteilung ist. Auf die Fresse, an den Hals, in die Eier. Ich sehe Ihre Basis quasi vor mir. Aber Ihnen ist schon klar, dass der Wahlkampf jetzt vorbei ist, Frau Heidel. Jetzt kommt die Mühsal der Ebene. Jetzt müssen Sie konkret politisch arbeiten. Warum schauen Sie auf die Uhr? Ich schaue nur, ob es schon Zeit ist, das Studio zu verlassen. Ist Ihnen das Thema unangenehm? Sie werden konkret politisch arbeiten, ja. Plural Themen. Es geht um Themen, nicht mehr nur ein Thema. Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge. Auch Sie werden konkret politisch, auch Sie werden irgendwo in irgendeinem Ausschuss ... So, jetzt reicht's. Sie sagen nicht Ausschuss zu mir. Und überhaupt von einer GZ-Hure wie Ihnen lasse ich mich nicht beleidigen. Es heißt Rundfunk-Beitragshure. Es heißt Rundfunk-Beitragshure. Was soll das in Sachen Digitalisierung anbieten? Das kannst du mich nicht fragen, da ich mit der Digitalisierung innerlich keine Verbindung habe. Dafür aber kann Christian Lindner von der FDP umso mehr zur Digitalisierung sagen. Er will das Thema vorantreiben. Kein Wunder, er hängt ja eh immer am Handy. Wie wir alle. Man rennt ja permanent nach unten gesenktem Kopf durch die Gegend. Die Folge, massive Gebäudeschäden durch Stirnschlag. Um sich mit dem Handy gefahrlos durch die Welt zu bewegen, gibt es jetzt aber eine ganz neue App von Freddy Radecke. Du glatzt ständig auf dein Smartphone. Hä? Nee, find ich jetzt nicht. Du bekommst kaum noch mit, was um dich herum passiert. Was ist los? Lass mich mal. Das kann schnell mal gefährlich werden. Wieso gefährlich? Hol dir Captain Look. Eine brandneue App, die dir die Realität auf dein Handy bringt. Eine hochauflösende 5K-Kamera verbindet sich mit deiner App. Andere Programme werden automatisch geschlossen, damit du dich komplett auf deine Umwelt konzentrieren kannst. Lass den Kopf ruhig hängen. Dank Captain Look bist du trotzdem immer safe. Hi. Deine Freunde werden es dir danken. Yay! Schönes Ding, hast du das gesehen? Toll. Und nicht nur die. Na, Süßer? Hallo. Sei smart und hol dir Captain Look. Damit Sie nicht zu gut gelaunterste Sendung gehen, kommen wir doch jetzt noch mal kurz zur SPD. Der SPD-Politiker Johannes Kahrs hat sich sehr deftig über die AfD geäußert. Jetzt haben wir hier einen Haufen rechtsradikale Arschlöcher im Parlament sitzen. Aber auch Andrea Nahles nimmt kein Blatt mehr vor den Mund. Gegenüber den Kollegen von RTL hat sie ihre Gefühle beschrieben nach der letzten Kabinettssitzung mit ihren Kollegen von der Union. Und zwar so. Ein bisschen wehmütig und ab morgen kriegen Sie ihn in die Fresse. Leute, da schämt sich ja sogar ein Sigmar Gabriel, wenn er euch so reden hört. Achtet bitte mal auf eure verschissene Ausdrucksweise, ihr Kackbratzen. Das war extra 3. Jetzt kommt das Medienmagazin ZAPP. Bis nächste Woche.